so dann wollen wir noch an der watte erst einmal müssen das hier aufdrehen bevor wir stuhlbecken kaufen ein badezimmer waschbecken was nehmen wir denn der sieht edel aus aber ich würde sagen vielleicht so was gefällt mir mehr packen wir den da hin müssen wir den jetzt ab montieren ich finde auch die animation hier richtig geil so der ist dran kann man hier noch duschen gehen und dann kann man hier so sein geschäft verrichten sagen wir mal ja nehmen wir das du kannst toilette kaufen und hier montieren ich glaube der steht hier ein bisschen falsch dann brauchen wir wahrscheinlich wieder ein anschluss installation toilette hier so badezimmer toiletten dann nehmen wir kompaktes witzig standard irgendwie will er nicht hier will er und montieren also besser als gar nichts nichts dabei will zugehör muss es hier irgendwo spiegel geben oder dekoration hier gab sie spiegel ja Was für einen Spiegel nehmen wir dann wohl? Nehmen wir mal den hier. Wenn wir das dort machen. Joa, hier können wir machen. Hm? Ja, falls man sich mal rasieren muss oder so, hat man da schon mal einen Spiegel. So, dann machen wir hier aber so einen schönen. So, dann brauchen wir hier noch Glopapierrollen, Zubehör, Spezialobjekte, Drucklupe Fetz, was? Farblose Fetz. Fextensutien, was? Ne, ich glaube hier nicht. Äh, gab es wahrscheinlich hier Klopapierhalter. Glopapier gab es auf jeden Fall. Packen wir hier eins, zwei, drei, vier. Hat er schon mal vier Rollen. So. Ne, hier gab es nicht. Dann war es wahrscheinlich doch unter Dekoration. Oder Toiletten. Ne, hier gab es nicht. Toilettenpapierhalter mit Klappe. Toilettenpapierhalter, da haben wir es. Kommt das so, so dahin, haben wir es. Oh, die Lampe lassen wir. Ah, Fußboden wollen wir noch ändern. Der Fußboden fällt mir nicht. Komm, dann nehmen wir so ein schönes Ding. So. Sieht doch nice aus. Und dann wären wir hier fertig. So. Draußen. Ach, draußen würde ich da gerne schon so lassen, wie das ist. Atlas das, wie es aussieht. Hoppla. Da war ein Ruckler, weil er gespeichert hat. Ähm. Da ist der Flur. Hier geht es im Keller. Da haben wir hier Licht. Da haben wir Lichtschalter. Und hier haben wir auch noch mal eine Lichtschalter. Dann können wir hier die Wände färben. Wände. Hm. Schwarze Fliesen Minos. Fernando. Schwarze Fliesen. Fernando. Hm. Was nehmen wir hier? Ich glaube, wir nehmen sowas. Oder warte. Wir machen hier unten eine Sauna. Eine ordentliche. Paneele. Dann gehen wir hier hin. Dann suchen wir uns ordentliche Paneele für eine Sauna aus. Also wir werden hier finden. Gute Paneele. Boah, die sehen nice aus. So. Dann nehmen wir aber auch ein paar mehr. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und. Fünf. Und. Sechs. Zwo. 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 Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zwo. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So. Hat denn der Fliese. Entlang. So. Hier. So. Dann lassen wir das mal kurz hier stehen. Dann bauen wir ab. Dann bauen wir ab hier. Das dann müssen wir los werden. So. Und so. Gibt es hier auch noch was? Ne. Dann bauen wir ab hier. Hier. Hoppla. Was war das? Wieder für den Ruckla? Nein. Wollte ich jetzt nicht. Dann hier oben. So. Und. Ah. Wieso gehe ich wieder da hin? Und hier oben. So. Dann können wir wieder die Wände hier in Paneel machen. Hä? Das hier wird mit Paneelen sein. Und hier. Ja. Dann den Rest. laufen wir doch nicht mehr. So. Dann Böden. Äh. Boden und Decken Panele. Suchen wir uns mal was hübsches aus. Ja. Was nehmen wir denn wohl? Komm. Wir nehmen das. So. Dort kommt hier hin. Und. Das hier noch so. So. Dann. Warte mal. Sauna. Haben wir hier alles was mit Sauna zu tun hat. Sauna Glastür. Ach. Da müssen wir sogar noch ein Stück mehr hier abreißen. Das ist jetzt doof. Aber. Na ja. Geht halt nicht anders. Neuer Fertigkeitspunkt. Nice. Äh. Schnelleres Abreißen. Leistung gesteigert um 5%. Ja komm. Machen wir das. Ja komm. Können wir. Hier nochmal das hier machen. Äh. Dann. Ich glaub. Den hatten wir gekauft. Machen wir aber. So. Ah. Jetzt brauchen wir doch wieder. Das hier. Was kommt da hin. Ah. Komm ich hier nicht mehr ran. So. Was ich mal da liegen. Oder. Doch nicht. Können wir verkaufen. So. Dann wieder. Sauna. Sauna. Hm. So. Dann nehmen wir das in Sapelli. Ach. Sauna Eckbank. Wo finde ich allgemein Sauna? Möbel. Nee. Zubehör. Sauna. Hier ist Sauna. Einfache Sauna Bank. Auch in Sapelli nehmen wir. Das kommt dann hier hin. Und das. Hier hin. Das kommt dann. Dann. Das kommt dann. Dann. Hier. Und. Das Stück hier. So ist optimal. Dann brauchen wir noch ein Eckstück für die Sauna. Dann machen wir das so. So. Ah. Sieht zwar nicht optimal aus. Aber. Naja. Was nehmen wir noch für die Sauna? Kommt das Eckstück. Auch in Sapelli. Kommt. Hier hin. So. Kann man sich da hinlegen. Dann. Sauna Ofen. Ja. Den packen wir. Hier hin. Ja. Jetzt hänge ich hier fest. Ah. Äh. Hopp. Dann nehmen wir den. Der kommt hier hin. Ja. Sanduhr. Sanduhr. Sanduhr für Sauna. Den brauchen wir auch. Der kommt. Hier hin. Und. Der kommt. Hier hin. Dann, ah, hier haben wir was vergessen. Was hatten wir für den Boden genommen? Den hier, den brauchen wir auch für die Decke, ja. So, dann hätten wir das auch. Dann brauchen wir jetzt hier noch Licht. Deckenlampen. Wandleuchten, gibt es doch bestimmt was für Sauna. Jo, da haben wir es. Das packen wir mal da oben hin. Jo, dann hier und hier. So wie hier. Dann muss es bestimmt auch noch andere Lampen geben für Sauna. Oder Lichtschalter für die Sauna. Komm, wir nehmen einfach das als Lichtschalter für die Sauna. So, dann haben wir hier Licht. Schön beleuchtet. Einigermaßen. Passt schon. Dann wollen wir hier auch noch mal die Wände ein bisschen ausbessern. Was gibt es denn da alles zur Auswahl? Die sieht schon irgendwie nice aus. Würde ich schon das hier nehmen wollen. Machen wir das da hin. Machen wir das da hin. So, dann müssen wir hier uns reinbücken. Aber ist uns egal. Das machen wir halt dann eben. So, hier machen wir auch noch mal. Ich muss so kurz überlegen, wie steht man noch mal ganz normal auf. Aber... Jo. Ist ja richtig nice. Ich würde sagen, aber ab hier... Na komm, wir machen hier auch noch mal den. Denselben. Ja, den kaufen wir noch mal. Oder noch eins, zwei. Das müsste dann hoffentlich reichen. Kann ich hier das auch mit tapezieren? Ne. Kann ich nicht, aber... Kann ich nicht, aber... Ja, der Übergang da ist nicht so gelungen. Und hier nochmal vier. Ey, hat perfekt gereicht. So, dann wollen wir hier Fußböden nochmal was ändern. Äh... Bodenpaneele. Ich glaube, die wären besser gewesen für... Da drinne. Ja, deutlich besser. Aber dann machen wir hier... Andere Paneele. So, mal was helles. Komm, nehmen wir das. So. Dann... Anschlüsse... Machen wir... Installation. Ja, äh... So, keine Toilette hier unten, sondern... Kleine Dusche-Installation. Kommt hier nochmal eine Dusche hin. Und daneben einfach ein Waschbecken. Äh... Ach, Spüle hieß das. Spüle. Ich suche nach Waschbecken hier einfach. Unglaublich. So, dann... Ich würde sagen, mit der Dusche fangen wir an. Dann machen wir... Badezimmern, Duschen. Ja, ich würde sagen, so eine reicht vollkommen. So. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir hier... Nein. Nein. Dann drücke ich hier erstmal die falschen Tasten. So. Zu wenig Platz. So muss ich machen. Okay. Dann mache ich hier aber stattdessen Fliesen. Wände. Wandfliesen. Was haben wir hier für schöne Wandfliesen? Irgendwas, was richtig schön nach... Ja, das... Ne, dann lassen wir hier so. Ich glaube ein Stapel wird da vollkommen reichen. Wäre mehr als genug hier. So. Für den Bereich hier auf jeden Fall. Dann noch das hier. Und hier. Und hier. Ja. Komm, dann machen wir die letzten zwei noch hier rein. Und hier dran. So. Dann Fußböden. Müssen wir da auch Fliesen hinmachen. Wohnen und Decken fliesen. Schauen wir mal wie vielleicht... Ne, nicht die. Was ebenhöriges finden. Ja. So muss eben noch einen Schluck trinken. So. Das machen wir bis hier hin. So. Dann. Dann. Gibt's hier Türen. Warte mal. Glas. Türen. Vers undergoing. Ne, dann. Bleiben wir hier. Hä? Treppen? Ah ja, stimmt, die Dinger kennen wir ja noch. Ich würde sagen, wir brauchen vielleicht, warte mal, das sind ja drei Einheiten hier von den Dingern. Dann müssen wir schauen, ich glaube, das wäre dann eine von diesen Türen hier, ja, müsste hier sein, ansonsten lassen wir das so offen, wie das ist, sieht auch eigentlich an sich gut aus, wenn es so offen ist, aber dann würde ich hier vielleicht für die Wände, komplett andere Farbe nehmen, ich dachte schon, warum ist das so grau, ausgeblichen und so. Tapeten, dann nehmen wir das in dem Farbton, sieht mehr nach Wasser aus, so, ja, sieht viel, viel besser aus, wie viel passender, wohl das ist ja auch geil, muss man leider auch sagen, oder was heißt leider, äh, ja leider, dass es weg ist, jetzt, wohl da oben kann ich das so lassen, war Geld für umsonst jetzt ausgegeben, aber egal, wir haben eh genug, wir werden ja noch weiter ein Geld verdienen hier, das rennt er uns ja nicht weg. eine haben wir noch, so, ja, und das da, ja, und weg damit. dann würde ich sagen, das hier bleibt so, ja, dann müssen wir das hier noch installieren, und dann, äh, Waschbecken, ordentliche Spüle auf jeden Fall, brauchen wir, ich würde sagen, den hier, Sapele, dann hier auch Sapele, ja, das war jetzt nicht mit absicht jetzt habe ich ihn nur sauber machen hier haben wir sauna und hier haben wir Badezimmer den können wir nicht entsorgen aber wir brauchen hier nochmal so lichter Deckenlampen so kleine ne nicht die gab es doch nur die ne doch nicht das war nicht die die ich gedacht hatte dass es wäre hatten wir doch irgendwo so kleine halogen Lampe das sind die doch oder ja dann machen wir das so so warte mal da ist die dann muss der hier hin der muss hier hin und der muss dann hier hin ne warte den müssen wir verkaufen und der kommt dann dafür mehr hier hin das ist ein bisschen zu viel glaube ich dann würde ich sagen den machen wir weg und den machen wir weg den machen wir weg und den machen wir weg und den machen wir weg sieht schon viel viel besser aus dann so dann brauchen wir hier noch Handtücher Dekoration so ne Zubehör glaube ich Badezimmer Gefaltete Tuch Gefaltete Tuch Kier Akay Hunde Shampoo Was brauchen wir für hier also auf jeden Fall einen vernünftigen Handtuchhalter oder Handtücher ja komm das geht so vorher brauchen wir hier wahrscheinlich irgendwelche Möbel Schränke ne nicht so was sondern Möbel Badezimmer Badezimmer diese Pastell Schränke die Gefallen nicht so wirklich hier für auf jeden Fall Stehen brauchen wir auf jeden Fall Stehen brauchen wir auf jeden Fall wir nehmen den Gibt es hier auch Sapelli Sapelli und Beine Schwarz bleiben so dann kommt das hier hin so dann kann man da Handtücher Dekoration ne doch war doch Dekoration ne war es nicht war es nicht Bodenlücken hängende Zubehör doch Zubehör war doch Badezimmer was ist mit mir das ist mit mir he und das ist mit mir so wie ist es mit mir wie ist es mit mir so dann den nehmen wir auf hier hin dann brauchen wir noch mehr handtücher wenn wir wenn wir nicht da reinpacken dann machen wir das beige rosa rosa gelb pastell rosa beige haben wir hier rosa gelb pastell rosa grün haben wir hier weiß und rot so gibt es hier noch mehr farben braun den ne hier braun dann den und hier weiß so eine milliarde handtücher für hier dann sind wir hier unten auch schon fertig würde ich sagen und wie wir hoppla wie wir in dieser wohnung weitermachen in dem haus sehen wir dann in der nächsten episode vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart die bände für heute auch die aufnahme session und ciao ciao